Hallo liebe Fußballfreunde. Thema Borussia Dortmund U23 Dritte Liga 2022-2023 9D Spieltag FSV Zwickau gegen Borussia Dortmund U23 Entgibnis 1 zu 2 Startelf vom FSV Zwickau Sprank Bursten Zickele Rank Kuskik Kukupel Lömersuben Jonas Jansin Hermann Komens Baumgarn Startelf von Borussia Dortmund U23 Uperhauen Fahna Panny Darm 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 Kom Kulibati Pas Kik Oskan Das war's von SSV Zwickau gegen Borussia Dortmund U23, Uhrzeit 9.55 Uhr.